Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es schon etwas besser. Ich hatte ja letztens erzählt und auch auf Instagram habe ich ja gestern noch ein Bild gepostet, dass ich beim Arzt war wegen meinen dollen Rückenschmerzen. Und vielen, vielen lieben Dank erstmal für eure lieben Worte unter dem Bild und auch so für eure guten Besserungswünsche. Ja, und ja, der Arzt hat halt eine Kortisonspritze gegeben, Schmerztabletten und hat mich wieder eingeringt. Also das hat ordentlich geknackt bei mir, das hat sich gelohnt. Naja, aber es geht schon besser. Also ich habe lange nicht mehr so die Schmerzen, wie ich sie gestern hatte und hoffe jetzt, dass es bergauf geht. Ja, ich war jetzt eben mit meinem Mann einkaufen, wir haben Samstag. Ich vermute aber mal, dass ihr dieses Video Sonntag seht. Ja, sage ich jetzt mal einfach. Ja, wir waren heute Morgen im Lidl und jetzt zeige ich euch, wir haben jetzt gar nicht so viel eingekauft, wir hatten noch einiges da, aber einige von euch gucken ja auch so Foothalls sehr gerne und nebenan, neben dem Lidl ist der DM und da musste ich auch noch rein. Für meinen Mann was kaufen, das zeige ich euch gleich. Aber auch für mich ein paar Kleinigkeiten und ich starte mal. Ich habe mir auch hier so einen schönen Nespresso mit meiner Nespresso Maschine, so einen schönen Milchkaffee mit Milchschaum gemacht. Und zwar ist das eine neue Sorte, sehr, sehr lecker. Und ist auch heute Morgen gekommen mit der Post, ich habe ein Nespresso bestellt und das ist so eine neue limitierte Sorte, Caffeicino do Brasil. In dieser wunderschönen Verpackung, da sind ja immer 10 Kapseln drin. Der Kaffee hat eine Intensität von 9 und deshalb trinke ich den eigentlich nicht so als Kaffee, sondern lieber mit Milch, Milchschaum, Milch, je nachdem. Aber er schmeckt sehr aromatisch, schwer zu beschreiben, sehr lecker auf jeden Fall. Ja, wird es wahrscheinlich nur für kurze Zeit geben, das mal am Rande. So, jetzt starte ich mit Lidl. Ich habe hier mein Körbchen. Das werde ich euch zuerst zeigen, weil das muss jetzt auch gleich wieder ins Gefrierfach. Und zwar war im Angebot von Langnese Nogga. Esse ich auch ganz gerne, eigentlich die ganze Familie. Wenn mein Schwiegerpapa mal hochkommt, abends zum Fußball gucken, wird er sich freuen, weil der mag auch sehr gerne Eis, was so mit Schokolade zu tun hat. Und ja, das ist mein Angebot und ich packe das jetzt erstmal wieder ins Gefrierfach. Ach, so, bin ich wieder. Und nicht wundern, ich bin ungeschminkt, ja. Genau. Dann geht es weiter. Ich und mein Mann auch. Wir essen gerne Weintrauben, am liebsten die kernlosen. Und die waren im Angebot. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gramm das waren. Das sind diese Seedler's Grape Specialty Selected. Die sehen wirklich sehr, sehr gut aus, sowohl von unten und von oben. Ich denke mal, das sind so kleinere. Und die zwischendurch, gerade mal abends, statt Schokolade und andere Süßigkeiten, snacken wir dann gerne mal ein paar Weintrauben. So, da freue ich mich drauf. Dann brauchte ich Eier und dann habe ich mal erstmalig diese Bio-Organic-Eier aus kontrolliert biologischem Anbau, Größe M. Ja, einfach mal ein paar Eier gekauft. Normalerweise nehme ich immer, wenn ich zur Chorprobe fahre, zum Frauenchor, da haben wir eine liebe Sängerin, die hat einen Bauernhof und die bringt immer Eier mit. Jeden Dienstag und dann kann man sie sich bei ihr holen. Habe ich vergessen, deshalb habe ich mir die jetzt gekauft. Dann Eiran von Milbona. Wenn ich dran denke, nehme ich mir immer so ein, zwei Becher mit, weil zwischendurch, ich finde das sehr, sehr erfrischend. Ich trinke das total gerne, dieses Eiran-Zeug hier. Dann hat mein Mann reingeworfen, ich war es nicht, aber ich esse auch gerne Leberwurst, Geflügelleberwurst von Pommasche. Diese hier, die isst ihr ganz gerne mal auf dem Butterbrot. Dann habe ich eingeworfen von meine Käserei, Gouda. Die sind Würfelkäse hier, mittelalten Gouda. Aber wenn wir den abends mal snacken, dann freut sich Puma, weil Puma steht auch total auf Käse. Dann kriegt er immer zwei, drei kleine Würfel ab. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob es das immer gibt, von Vitasia Thai, Kokosnusswasser. 100% natürlich in so einer Dose. Ja, ich denke mal, das gibt es wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Habe ich vorher noch nie gesehen, Kokosnusswasser. Auf 100 Milliliter sind es 23 Kilokalorien und hier drin sind 310, also ist gar nicht mal so kalorienreich. Ja, schmeckt vielleicht erfrischend. Also eigentlich mag ich ja Kokosnuss, 100% natürlich. Werde ich auch gleich in den Kühlschrank packen und vielleicht dann heute schon gekühlt trinken. Ich bin gespannt. Ja, was Süßes darf natürlich auch nicht fehlen. Man kann ja sich nicht nur gesund ernähren. Alles in Maßen, finde ich, ist okay. Und diese M&Ms, die blauen, liebe ich über alles. Die gibt es nicht immer. Und ja, das sind die mit Crispy. Ich weiß nicht, wer von euch mag die blauen auch am liebsten? Darum bitte melden. Ich finde die toll. Ja, sehr, sehr lecker. Dann habe ich mal wieder seit langem, ich habe es die letzte Zeit immer vergessen, wenn ich im Lidl war, von Graschafter Softbröd, 33% Vollkorn. Dieses hier, kennen bestimmt viele. Packe ich mir in den Toaster und am liebsten esse ich da drauf was Süßes, sprich Marmelade oder Honig. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich mitgenommen ein Bunt Radieschen. Die snacke ich auch gerne so. Also eigentlich, ja, oder auf ein Butterbrot. Ja. Ja, die sind ja meistens etwas scharf und ich finde Radieschen lecker. Ja. Ich glaube, Olaf isst Radieschen nicht ganz so gerne. Ja, dann bleibt mehr für mich über. Dann, genau, angefixt durch das letzte Video, meine ich, von der lieben Andrea, von der lieben X-Tiger Lili 80X. Ich grüße dich mal ganz lieb. Du hast mich angefixt, sie war auch im Lidl und da gibt es so, ich denke auch limitiert zur Zeit, da gab es Spülmittel, da gab es was zum Duschen und halt Handseife. In verschiedenen Duftrichtungen, hier von der Marke Sien, Forgotten Flowers. Da habe ich dran geschnuppert und fand den Duft irgendwie am angenehmsten. Ist mit Angelika. Das riecht wirklich, was steht hier? Lassen Sie sich entführen in eine nostalgische Blumenwelt. In eine nostalgische Blumenwelt. Die sanft reinigende Handseife mit einem Duft aus Angelika und Honig. Also ich muss gestehen, Moment. Ja, blumig riecht es auf jeden Fall. Honig rieche ich jetzt nicht so raus. Aber ein sehr, sehr angenehmer, floraler Duft und ja, da gab es wie gesagt noch andere Sorten, aber das fand ich so am besten. Dann hat mein Mann reingeworfen, ich esse die aber auch gerne von Freshona Gurkensticks. Das sind diese hier, diese halbierten Gurkensticks, kennt ihr bestimmt. Und ja, die essen wir zwischendurch, gerade abends auch sehr, sehr gerne. Dann hat mein Mann reingeworfen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Von Chef Select, Hähnchenbrustfiletstücke, Sweet Chili. Ja, die sehen so aus. Die nimmt er sich gerne mal mit auf die Arbeit. Die kann man so zwischendurch einfach snacken. Oder was ich schon mal mache, ich packe sie ihm in Salat. Dann kann er sich die, also ich trenne das dann, so bunten Salat. Und wenn er will, kann er sich die dann da durch machen. Genau, dann auch mein Mann reingeworfen, weil ich, ich mag die nicht so gerne, von Dulano Delicates Salami Snack Mini Hot. Genau, diese hier. Das sind so zwei Packungen mit diesen kleinen Würstchen. Und die sind schon ein bisschen schärfer. Manchmal esse ich ein paar davon, aber irgendwie stehe ich da nicht ganz so drauf. Auf die Würste, die jetzt kommen, die habe ich ausgesucht. Da stehe ich drauf, auch von Dulano. Und zwar die Trutan Wiener Käse Paprika. Ich liebe Käse und ich liebe diese Würste hier. Esse ich auch kalt gerne. Mein Mann isst am liebsten so Bockwürste kalt. Wirklich. Der sagt immer, brauchst du mir nicht warm machen, kalt, ja. So, dann hatten sie, meine ich, auch im Angebot, genau, Vita-Malz. So ein Sechser-Pack. Früher habe ich als Kind sehr gerne Vita-Malz getrunken. Und ich trinke es auch heute noch. Ist natürlich klar, das Original, alkoholfrei. Das sind jetzt in so Plastikpullen. Und die kommen gleich in die Kühlung. Ach, ja, ganz schön schwer. Dann Tomaten durften natürlich auch nicht fehlen. Die essen wir einfach nur so. Oder ich mache mal so einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Die hat Olaf ausgesucht. Tom-Bongs. Snack-Tomaten. Zwei Pakete hat er mitgehen lassen. Diese hier. Ja. Die werden wahrscheinlich auch bald dran glauben müssen. Dann unser Nescafé Gold. Der sanfte. Ja, so auf die Schnelle. Gerade morgens wird er sehr gerne getrunken von Nescafé. Wie gesagt, das ist jetzt die mildere Variante. Und war leider nicht im Angebot. Manchmal ist es beim Lidl ja auch im Angebot. Weil kostet, glaube ich, 9,49 Euro. Jo. Aber man kommt auch eine Weile mit aus. Mein Mann liebt Nippon. Ja. Deshalb hat er sich die auch wieder mitgenommen. Zwei Pakete Nippon. Aber ich muss sagen, wenn ich damit anfange, muss ich mich auch schwer, also kann ich mich nur schwer bremsen, weil die sind echt lecker. Leider lecker. Dann habe ich noch mitgenommen, weil im Angebot, und mein Olivenöl ist fast leer, von Italiano 100% natives Olivenöl extra. Dieses hier, diese Sorte. Ja, ja, die war im Angebot. Und ich meine, die hatte ich auch schon mal. Und ich fand es ganz angenehm. Und das benutze ich, Olivenöl benutze ich sehr, sehr gerne für meine Salate. So, jetzt haben wir es gleich. Dann haben wir hier noch einmal meine geliebten, wenn ich im Lidl bin, hole ich die eigentlich immer, Snackgurken. Ja. Finde ich aromatischer und besser, also schmecken mir besser wie die normalen Schlangengurken. Die esse ich auch gerne zwischendurch einfach mal. So, und ganz neu von Max und Lena auch Kiwi Berries. Süß und lecker. Also die habe ich noch nie gesehen, sind mir noch nie aufgefallen. Das sind halt so kleine, ja, kleine Kiwi Beeren. So sehen die aus. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Nur dran riechen. Huch. Kiwis esse ich eigentlich ganz gerne. Fühlen sich sehr weich an. Oh ja, und riechen, riechen aber, riechen wie Kiwis schon. Aber ganz, ganz süß, glaube ich. Ja, da bin ich mal gespannt. Kennt ihr die? Kiwi Beeren. Werde ich gleich mal waschen und eine von probieren. So, dann haben wir noch Äpfel, vier Stück. Und zwar, ich esse und mein Mann auch sehr, sehr gerne Pink Lady. Genau, steht hier drauf, Pink Lady. Ist einer unserer liebsten Äpfelsorten. Ja, davon habe ich vier Stück mitgenommen. Und dann habe ich noch zwei Pfirsiche mitgenommen. Ja, die waren sehr dick, die, also, aber die sehen gut aus, ja. Ich bin jetzt nicht so der Pfirsich-Fan, aber ab und zu. Und als letztes aus dem Lidl, den gibt es auch nicht immer, beziehungsweise, wenn ich da bin, ist er meistens ausverkauft von Ocean Sea. Der Strebe Lachs mit Pfeffer. Den gibt es auch ohne Pfeffer. Und heute Abend haben wir gesagt, gibt es Fisch bei uns. Dann mache ich noch einen Salat dazu. Das ist dieser hier. Ich liebe sowieso Lachs und Fisch sollte man, finde ich, schon einmal in der Woche essen. Und, ja, deshalb durfte der mit. Ja, und das war es auch schon. Das war unser Lidl-Einkauf. Das räume ich jetzt mal eben weg und dann kommen wir noch zu den GM-Sachen. Wie gesagt, es ist nicht viel. Und mein Mann hat nämlich, hat er noch nie gesagt. Ich hatte mal, er hatte das, glaube ich, geschenkt bekommen. Ein Dio-Spray von Darth. Und dann kam er vor ein paar Tagen zu mir und sagte, Nadine, das ist jetzt fast leer, aber ich finde das klasse. Das hält mich den ganzen Tag frisch. Das riecht total gut. Und, ja, dann bin ich eben in den DM. Und, ja, habe ihm das gekauft. Und, so, wartet mal, ich räume mal eben weg. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Platz gemacht. Und hier sind die DM-Sachen drin. Dann fangen wir auch gleich mal an. Und zwar meint mein Mann dieses hier. Darth Man & Care Clean Comfort. Das ist dieses hier. Das ist das mit Aluminiumsalze. Und daneben stand das gleiche. Clean Comfort ohne Aluminiumsalze. Aber mein Mann braucht schon mit Aluminium, weil der schwitzt schon, gerade bei warmem Wetter, sehr viel. Und hier steht drauf, 0% Alkohol. Genau, antitranspirant. Das ist wirklich, ich gebe ihm da recht. Also, wenn er das auflegt, morgens im Bad, ich rieche das gerne. Es ist richtig frisch. Nicht zu herb. Und bei meinem Mann, wie gesagt, ist es das erste Mal jetzt gewesen, dass er gesagt hat, Nadine, das hätte ich gerne, wenn es das noch gibt. Ja, und dann habe ich ihm das natürlich gekauft. Und zwar zweimal gleich. Und dann gab es da auch das passende Duschgel von Darth aus der Reihe Clean Comfort. Dieses hier. Mikro Moischa, milde Formel, Pflegedusche für Körper und Gesicht. Ja, das kriegt auch sehr, sehr angenehm. Also es ist ein total angenehmer, leicht herber Duft. Gefällt mir. Ja, das habe ich ihm dann gleich mit dazu gepackt. Das passt dann gut. Kann er morgens damit duschen und gleich das Deo benutzen. So, was habe ich noch mitgenommen? Dann habe ich mir noch Haarbänder neue gekauft von Ebelin. Das sind diese Telefonkabelbänder für 2,25 Euro. Vier Stück. Das sind aber welche mit Stoff drumherum. Das ist hier so ein dunkles Lila. Und hier haben wir noch so ein bisschen Mintgrün dazwischen. Ich finde die toll. Gerade nach der Haarwäsche, wenn ich mir die so zusammen mache, dann gibt es nicht diese Knicke. Und ja, ich glaube, da ist jetzt auch schon bei uns zum Herbst-Winter die neue Kollektion von Ebelin. Von dem ganzen Schmuck und so eingezogen. Dann habe ich entdeckt von Dresdner Sens. Es gab jetzt schon viele neue Bäder. Auch schon hinsichtlich zur Winter-Weihnachtszeit. Und da würde das vielleicht auch drunter fallen. Aber ich denke, ich werde schon bald drin baden. Weil das tut auch meinem Rücken gut. Die Wärme. Entschuldigung. Die Wärme. Es ist mit pflegendem Schaum von Dresdner Essenz das... Der Badezusatz mit dem Namen Beikerzenschein. Aromaschaumat mit würzig-orientalischem Duft. Entspannend. Ja, das fand ich sehr schön. So von der Verpackung auch. Ich denke mal gerade für abends so zum Runterkommen. Ist jetzt keine Duftprobe. Aber hier steht hinten drauf. Würzig-orientalischer Duft. Orangenblüten. Fruchtig-frische Orange und Bergamotte. Kombiniert mit einer Sandelholznote. Bildet eine perfekte Begleitung für ein entspanntes Bad. Nach einem stressigen Tag. Die reichhaltige Formel pflegt die Haut seitlich zart und schützt sie vor dem Austrocknen. Ja, 10 bis 20 Minuten. Ja, es kommt auch schon mal vor, dass ich eine halbe Stunde bade. Werdet ihr bestimmt bald dann was drüber hören im Aufgebraucht-Video. Dann habe ich neu entdeckt von... Ja, eigentlich wollte ich... Eigentlich habe ich noch genug Lippenpflegestifte. Aber da gibt es eine neue Reihe, die heißt Neon. Neon-Original. Und das ist schon, seht ihr, so ein lavendelfarbener. Ich denke mal, das bezieht sich auf die Verpackungen. Ich werde ihn gleich mal rausholen. Es gab auch noch eine bei uns im DM orangefarbene Neon-Verpackung. Und gelbe. Ja, hier steht drauf, limitierte Edition. Also wird es auch nicht für ewig geben. Aber ja, Labello. Äh, sonst steht hier nur... Ja. Die verwöhnende Formel mit Shea Butter und Panthenol spende zwölf Stunden Feuchtigkeit. Pflege die Lippen langanhalten und schütze sie vor dem Austrocknen. Wir holen ihn mal raus. Ähm, ich habe aber bald leider ein Labello aufgebraucht von La Vera, meinen Geliebten. Diesen blauen, den gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja nur noch den roten. Und deshalb dachte ich mir, weil der jetzt fast leer ist, kann ich mir auch noch einen neuen gönnen. Ihr seht, das ist schon so eine ziemlich knallige, lila-lavendelfarbene Verpackung. Ja. Aber der Labello an sich ist weiß. Es riecht wie Labello. Ich lege ihn mal auf. Ja. Den Duft mag ich. Und ich hoffe. Ja. Also er gibt hier keine Farbe ab. Das Neon bezieht sich nur auf die, auf die schöne Verpackung einfach, ne. Ja. Genau. Dann gab es ein neues, oder gibt es ein neues limitiertes Rasiergel von Balea. Und ihr wisst vielleicht aus meinen aufgebraucht Videos, ich liebe von Balea die Rasiergele. Ich vertrag die gut. Ich kann mich sehr gut damit rasieren. In jeglichen Körperregionen. Oriental Flower. Mit dem orientalischen Duft von Amaryllis. Wunderschöne Verpackung wieder. Und immer wenn es ein neues gibt, muss ich mir auch gleich eins mitnehmen. Und ich will mal gucken, wie das riecht. Also sprühe ich mal eine Runde. Oh ja. Da kommt das Gel raus. Das ist leicht pink. Und jetzt wollen wir mal gucken. Also man braucht auch ganz wenig davon nur. Mh, das riecht aber lecker. Seht ihr? Dieses kleine Pupstößchen fabriziert einen sehr schön cremigen Schaum. Und das reicht für Beine fast alles. Ja, das riecht. Was sollte das sein? Amaryllis. Ich weiß jetzt nicht genau, wie eine Amaryllis riecht, aber ist ein angenehm blumiger Duft. Auf jeden Fall sehr, sehr schön freue ich mich drauf. Ja. So. Jetzt müssen wir uns erstmal hier reinigen. Vielleicht haben viele von euch das Rasiergel schon entdeckt davon. Kann ja sein. Kann ich mir gut vorstellen. So, fallen mir nicht über die Schnur, Olaf. Ja. Was suchst du? Ich muss hier die Sachen noch einpacken. Suchst du hier was vom Lidl-Einkauf? Nein. Nein. Okay, dann Tür bitte zu. Ich bin klar. Puma ist auch hier. Du warst mit Olaf draußen gerade, boah, Mäuschen? Ja. Also riecht sehr, sehr angenehm. Ja. Freue ich mich drauf. So. Zack. Dann habe ich noch mitgenommen. Gleich haben wir es auch schon. Nagellacke. Ich konnte nicht widerstehen. Bei Trend It Up. Wir haben ja jetzt auch die große Theke. Und ich hatte letztens gar nicht so geguckt bei Nagellacken. Und ihr wisst, siehe Hintergrund, ich liebe Nagellacke. Und von Trend It Up habe ich noch nicht viele. Aber die zwei, drei, die ich habe, die finde ich klasse. Ja. Und dann gibt es eine neue Reihe, die heißt Metallic Dust. Und da gefiel mir dieses wunderschöne Grüngold. Das changiert so ein bisschen. Und solche Töne mag ich ja. Die haben ja alle keine Namen. Das ist die 040. Ja. Habe ich jetzt auch noch nicht geswatcht. Nichts. Aber ich glaube, heute lackiere ich mal wieder um. Und dann habe ich noch mitgenommen, da gibt es eine ganz neue Reihe, die heißt UV Power Gel. Ich finde die Fläschchen sehr schön, die Form so. Hier steht es. UV Power Gel. Und wunderschönes Taupe. Bärige. Ja, so eine Taupe Farbe. Das ist die 040 auch. Spezial UV Nagellack verleiht ein hochglänzendes Gelfinish und perfekte Haltbarkeit. Zweimal auftragen je zwei Minuten. Bei Tageslicht trocknen. Danach UV Power Top Coat verwenden. Ja, den Top Coat habe ich mir jetzt auch mitgenommen. Das ist der UV Power High Shine Top Coat. Da gibt es noch einen, der trocknet in matt. Aber matt trage ich nicht so gerne, deshalb High Shine. Wird ausprobiert. Und dann habe ich noch aus der Reihe ein wunderschönes Rot mitgenommen. Ich glaube, es gab drei verschiedene Rottöne und ich habe mir so die Mitte rausgesucht. Ja, das ist die 070. Genau. Steht da nochmal, ich lese nochmal hier bei dem Top Coat. Ja, versiegelt das Hochglanz Finish mit optimaler Haltbarkeit. Einmal auf dem angetrockneten UV Gel auftragen. Also man muss erst den Farblack richtig gut durchtrocknen lassen und dann halt dieses Power Gel drüber geben. Ja. Gut. So, dann vorletzte Produkt. Ich habe nochmal kurz bei Essence geluschert. Ich habe schon bei einigen Videos gesehen. Catrice bringt ja oder hat jetzt schon eine neue LE rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie die LE heißt. Aber da gibt es ein wunderschönes Blush. So, mit Punkten und Kreisen in verschiedenen Farben. Ich hatte gedacht, das wäre heute schon da. Leider nicht. Aber Strobing Highlighter Puder von Essence habe ich mir mitgenommen. Ist auch neu eingezogen. Fand ich sehr, sehr schön und ich liebe ja Highlighter. Die 10 Let It Glow. Folge dem Strobing Trend. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau Strobing heißt. Ist ja irgendwie in aller Munde im Moment. Setze deine erhabenen Gesichtspartien gekonnt in Zähne oder verleihe deinem Gesicht einen wunderschönen All-Over-Glow. Naja, für das ganze Gesicht würde ich es jetzt nicht nehmen. 9 Gramm. Und es ist wunderschön aufgemacht in so einem Wellenmuster. Und ihr seht schon, da sind auch grobe Glitzerstückchen drin. Ja. Farblich würde ich sagen, geht es so ins Champagnerfarben. Und es ist jetzt kein Highlighter, der so metallisch glitzert. Seht ihr? Das ist eher was Semimattes. Da sind schon so ein paar Lichtreflexe drin. Und ich finde den sehr, sehr schön für den Alltag auch. So dezent halt, ne. Man könnte sich das mit Sicherheit auch aufs Auge packen. Aber ja, hat mir halt sehr gut gefallen. Und musste mit. So, und als letztes Produkt, was quasi medizinisches für meinen Rücken. Ein Riesenputtig gab es im DM, weil meine Schwiegermutter schwört da drauf. Und viele von euch haben mir auch, meine ich, irgendwo unter dem Video oder bei Instagram geschrieben, Nadine Pferdesalbe. Ja, und dann habe ich danach Ausschau gehalten im DM und habe es gefunden. Von Medik, Dr. Jacobis Medizinprodukt Pferdesalbe. Es gab auch noch eine kleinere Version in einer Tube. Aber ich werde mir das mit meiner Schwiegermutter teilen, weil sie benutzt das auch für ihren Rücken. Ja, das ist einmal so eine Kalt-Warm-Therapie steht hier drauf. Einmal die Kälte, also hier ist drin Menthol und Kampfer für wohltuende, langanhaltende Kühlung. Kühlung ist eine altbewährte Erste-Hilfe-Maßnahme. Sie wirkt schmerzlindernd und abschwellend. Und dann haben wir als Punkt 2 aufgeführt. Anika und Rosmarin sind ideal zur durchblutungsfördernden Massage. Diese Wärme gelangt so in tiefere Muskelschichten und entspannt. So, ich habe es jetzt noch gar nicht ausgepackt. Ich habe schon zu meinem Schatz hier gesagt, Schatz, heute Abend darfst du mich hiermit verwöhnen. Ja. Ich habe noch nie Pferdesalbe benutzt. Wüsste ich zumindest nicht. Oh ja. Da riecht man aber dieses, was war das, Anika-Menthol? Ja, das ist wie so ein Wackelpeter, seht ihr? So eine Gelee-mäßige, grünliche, hellgrüne Masse. Klebt auch hier im Deckel noch was. Ich nehme mal was aus dem Deckel und schmiere mir das. Also natürlich habe ich jetzt an meinen schmerzenden Rücken gedacht. Ja. Schmiere mir das jetzt mal hier einfach auf die Arme. Kann ja nicht schaden. Ich gehe ja heute Abend, denke ich mal noch, mache ich noch mal so ein von T-T-Sept. Habe ich noch so eine große Flasche Muskelentspannungsbad. Oh ja. Lässt sich gut einarbeiten in die Haut. Und ich merke jetzt schon eine Erfrischung auf meinem Arm. Also es erfrischt wirklich. Und ich denke mal, wenn man das richtig schön einmassiert, so wie da steht, dass es dann halt auch durch die Anika, was war das jetzt, also was steht hier, wie eine Bodylotion auftragen, leicht einmassieren, zieht sofort ein und tut gut. Für Tiefenwärme kräftig massieren und die doppelte Menge auf die betroffenen Stellen auftragen. Okay. Ist haltbar bis, ach, 2018. Also was ich jetzt im ersten Moment jetzt wirklich spüre, ist eine richtig angenehme, kühle Frische. Und wie da steht, wenn man ein bisschen mehr nimmt und das länger einmassiert, dann soll das halt dann auch tiefer gehen. Und ja, ich bin gespannt, weil ich kenne wirklich viele. Ich habe es jetzt schon oft gehört, dass viele auf diese Pferdesaal beschwören. Und ich hoffe, sie wirkt unterstützend bei meinen Rückenschmerzen. Ja. Und vielleicht auch beim Muskelkater. Ich war jetzt auch schon wieder längere Zeit nicht joggen. Und wenn jetzt der Rücken sich erholt hat, habe ich das wieder vor. Und ja, wenn es dann mal Muskelkater gibt, schmier ich mir das auch drauf. So, das war es, ihr Lieben. Ja, das war mein quasi Lidl-Kleiner-DM-Hall. Ja, und hier eine Espressokapsel. Sehr, sehr lecker. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall dann die Tage bald wieder. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Und freue mich, von euch zu lesen. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrung gemacht mit dieser Pferdesalbe hier. Das würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und dann gucken wir mal. Ja, ich freue mich, von euch zu lesen. Ich freue mich auf eure Bewertung und bedanke mich sehr. Und würde mal sagen, bleibt mir gesund. Ganz wichtig. Und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine. Da können wir bitte auch sein. Vielen Dank.